Eugene Simon ist ein britischer Schauspieler. Leben und Karriere Simon hatte seine erste große Rolle in der britischen Comedy-Serie My D.A.D.S.A. Prime Minister, in der er die Rolle des Harry spielte. Im darauf folgenden Jahr hatte er einen Gastauftritt in der Serie Murder in Suburbia sowie in Noah & Saskia. Am bekanntesten wurde er 2005 durch seine Rolle des jungen Casanova im gleichnamigen Film. Im selben Jahr folgte der Film Wilde Zeiten auf der Insel, in der er die Rolle des Gerald Dorell spielte. Und 2006 spielte er den jungen Felix Mathers-Ela im Film Alpha Male. 2010 bekam er eine Rolle in der Neuwehr-Filmung von Ben Hur die Rolle des jungen Titelheldes. Seinen Durchbruch in den USA schaffte er 2011 durch die Rolle des Jerome Clark in der Mystery-Seifen-Oper House of Anubis. Die auf der belgischen Erfolg-Serie Hethys Anubis basiert. Dort gehört er zur Hauptbesetzung. Im selben Jahr bekam er die Nebenrolle des Lenzel Lannister in der HBO-Serie Game of Thrones. 2011 spielte er außerdem die Rolle des Max in der Nickelodeon-Serie Summer in Transylvania. Filmografie 2003 My D.A.D.S.A. Prime Minister 2004 Murder in Suburbia 2005 Noah & Saskia 2005 Wilde Zeiten auf der Insel 2005 Casanova 2006 Alpha Male 2010 Ben Hur 2011 bis 2013 House of Anubis 2011 bis 2012-2015 Game of Thrones 2011 Summer in Transylvania 2013 Before I Sleep 2014 Eben Überleben um jeden Preis maximale